Freunde des Geflikten Schreibens, hier ist wieder euer Witti aus der Füller-Bubble. Und hier habe ich den Pelikan M200. Das ist der kleinste und günstigste Einstieg in die, ich sag mal, Welt der erwachsenen Pelikan-Füller. Insbesondere auch in die Welt der Pelikan-Kolben-Füller. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 110 Euro. Der Marktpreis so bei 60 bis 65 Euro. Ich habe den Füller seit knapp drei Jahren. Mag ihn sehr gerne, wenn ich ihn auch nicht so häufig benutze. Warum? Dazu komme ich noch. Ja, ich habe schon gesagt, wir haben hier einen Kolben-Füller von Pelikan. Das heißt, das Befüllen funktioniert übers Tintenfass. Ich mag das Füllsystem sehr gerne. Ich bin ein großer Freund von Kolben-Füller. Was wir gleich auch im Größenvergleich mit den anderen Füllern noch sehen. Da habe ich fast ausschließlich Kolben-Füller. Äußerlich fällt zunächst auf, jetzt ohne Vergleich vielleicht noch nicht. Aber wenn ich ihn vielleicht auch mal in meine Hand lege. Es ist ein sehr kleiner, leichter und zarter Füller. Zum Vergleich hier mal den Lamy All-Star. Vielleicht hier gleich mal den Twisby Eco, den ich so als wahrscheinlich größten Konkurrenten gerade so in meiner Sammlung vielleicht mit dem anderen Twisby Diamond 580 sehe. Und da sieht man schon, ja, er ist klein. Und vom Gewicht her, ich habe es mal ungefähr nachgemessen oder gewogen, wie viel wiegen denn zwei T-Lichter. Und das ist ungefähr so schwer wie der Füller. Also wenn ihr euch mal vorstellen wollt, nehm mal zwei T-Lichter. Natürlich noch nicht angezündet in die Hand. Das ist der Pelikan M200. Natürlich gar kein Vergleich hier zum Pelikan M1000. Der, das Flaggschiff, der größte der Pelikan-Füllhalter hier. Der auch in meiner Hand, sag ich mal, einen deutlich besseren Eindruck macht als der kleine. Und vielleicht nicht ganz uninteressant hier, der Lamy 2000, der ja doch gar nicht so viel kleiner scheint. Für mich aber irgendwie ein deutlich anderer Füller ist von der Größenklasse her. Wenn wir sie mal aufmachen, ist der Größenunterschied tatsächlich eigentlich kaum noch vorhanden. Aber man muss eben sagen, der Pelikan M200 ist nicht nur, nicht lange und leicht, sondern er ist auch vom Durchmesser her relativ schmal. Das heißt gerade für meine größeren Hände, auch wenn ich jetzt sagen würde, hier der Lamy 2000 ist zwar auch nicht so wirklich viel länger, aber gerade durch seine Form, dass er hier so gewölbt ist, so diesen Walbauch hat. Und wenn ich ihn hier halte, habe ich deutlich das Gefühl, ich habe mehr in der Hand als diesen kleinen, zierlichen Pelikan M200. Packen wir das mal beiseite und bleiben noch beim Äußeren. Also wir haben hier am Clip diesen Pelikan, typischen Clip, den ich ganz schön finde. Ist irgendwie elegant, hat so eine Krawattenform, finde ich. Ich soll ja wohl irgendwie einen Pelikan-Schnabel symbolisieren. Den anderen Pelikan finden wir hier oben noch. Also hier der große und der kleine Pelikan oben am Clip. Und ansonsten meiner ist hier ganz langweilig, fast schon klassisch schwarz. Es gibt die M200 in vielen verschiedenen Farben, in so Marmorierungen, grün und braun. Und jedes Jahr bringt Pelikan zusammen mit der Ink of the Year irgendwie auch so eine Special Edition raus. In so durchsichtigen, farbigen Füllhaltern, irgendwie olivgrün und was weiß ich, was es da nicht noch alles gibt. So ein braun. Da kann man also durchaus variieren. Ich mag hier aber doch den klassischen schwarzen Look ganz gerne. Und wenn wir ihn aufdrehen, also eine Kappe mit Drehverschluss, haben wir hier ein Tintenfenster. Das sieht man jetzt gerade im Video gar nicht, denn der Füller ist frisch befüllt, voll. Wenn er leer wird, dann sehen wir hier was Grünes durchschimmern. Und dann weiß ich, ah, er ist wieder zu befüllen demnächst oder erstmal zu reinigen. Was ich an dem Füller weiterhin sehr gern mag, ist, dass die Federeinheit einfach rauszuschrauben ist. Ich habe hier mal ein Stofftuch, damit ich mir die Finger nicht ganz so schmutzig mache, damit ich das mal zeigen kann. Also können hier einfach die Federeinheit nehmen und leicht drehen und dann kommt die hier einmal gesamt raus mit Tintenleiter. Natürlich besser das zu machen, wenn er nicht befüllt ist. Ebenso leicht lässt sie sich wieder reinschrauben. Und diese Ersatzfedereinheiten kosten so 25 bis 30 Euro. Das finde ich echt schön. Also gerade, wenn man ein bisschen variieren möchte, mal was ausprobieren und nicht gleich den ganzen Füller tauschen. Oder auch, wenn er mal runterfällt und auf der Feder landet und die nicht mehr zu reparieren ist, dann gibt es Ersatz dafür. Das mag ich einfach sehr gerne. So, dann Füller. Lasst uns direkt mal schreiben. Und zwar natürlich, wie es sich gehört, auf gutem Tomoy River Papier. Ich habe hier einfach mal eines meiner Midori Traveller Notebooks in Lays rausgenommen. Die werden da, glaube ich, verkauft als dünnes Papier oder so benannt. Ich bin ja, wie ihr wisst, ein sehr großer Freund von diesem Papier. Also, wir haben hier ein Pedikan. M200. Die Fehlerstärke ist M. Ja, finde ich, finde ich ganz zutreffend. Schon mit der Tendenz etwas breiter als jetzt ein M von vermutlich einem USB-Eco sowieso breiter als ein japanisches M. Aber ich kann damit leben, mit der Bezeichnung. Die Tinte ist Sailor Gentle Okuyama ein sehr herbstliches rot-braun Rost. Es erinnert mich an rote Blätter im Herbst irgendwie und das mag ich sehr gerne. Ein Eindruck von der Farbe und wie nass er schreibt. Also, wenn ich es verwische, dann geht es ja schon fast in eine rosa Richtung, aber wenn das trocknet, sieht es doch nicht sehr, sehr angenehm aus. Also, gerade für so einen herbstlichen Brief mag ich diese Tinte wirklich ausgesprochen gerne. Und dann lassen wir auch heute den Quick Brown Fox einmal über den Lazy Dog Ja, was soll ich sagen? Eine wirklich, wirklich fantastische Feder, die schreibt für meinen Geschmack schön nass, finde ich klasse, da kommen die Farben, gerade solche richtig kräftig zur Geltung. Schreibt aber auch absolut mühelos. Also, muss hier gar keinen Druck aufwenden. Ich halte den Füller hier wirklich nur ganz leicht. Und hier gibt es überhaupt kein Problem. Die Feder für eine Stahlfeder ist auch, ich will nicht sagen, flexibel, aber sie reagiert schon spürbar. Mehr fast schon wie eine Goldfeder. Also, mehr im Stile einer Goldfeder als so eine klassische Stahlfeder, wie ich sie kenne. Oder wie wir sie vielleicht alle kennen von so einem Lamy Safari und so weiter. Auch die Farbe Castelfedern finde ich in der Regel sehr hart. Die finde ich doch wirklich, ohne dass ich hier wirklich viel Druck ausüben muss. Man sieht es ja auch bei den Linien, die ich hier ganz ohne Druck gemacht habe. Die sind schon merklich dünner als das Geschriebene. Also, man merkt, ich übe beim Schreiben doch einen gewissen Druck aus. Ich halte ihn nicht ganz einfach nur so und schreibe ganz ohne Druck. Was auch sicherlich daran liegt, dass er für meine Hand, ihr seht, ich habe automatisch die Kappe hinten aufgesteckt, nicht so ganz optimal ist. Also wäre die Feder nicht so hervorragend, würde mir das nicht immer wieder Spaß machen, diese Feder zu benutzen. Dann könnte ich mir vorstellen, würde der Füller noch unbenutzter im Schrank liegen. Ich denke mir immer, wenn ich ihn befülle, Mensch, warum habe ich eigentlich so lange nicht mit ihm geschrieben? Ja, und das liegt daran, er ist mir zu klein, zu leicht. Also von der Größe, von der Länge her mit der aufgesteckten Kappe gar kein Problem. Aber er ist einfach vom Durchmesser her nicht so was für meine Hand. Aber jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, oh, mir verkrampft die Hand nach zwei Sätzen. Also ich würde ihn vermutlich für einen Brief nicht unbedingt nehmen. Aber gerade, wenn man jetzt mal anders denkt, die Größe und das Gewicht für unterwegs, um es schnell mitzunehmen, immer dabei zu haben, finde ich es doch sehr angenehm. Jetzt nochmal hier vielleicht der Vergleich. So liegt der M1000 in meiner Hand. Ganz anders. Und so dann hier der Pelikan M200. Ja, meiner Meinung nach ist es doch ein lohnenswerter Einstieg in die Pelikan-Serie. Ich habe es schon angesprochen, die Konkurrenz dazu, ich sage mal Kolbenfüller für unter 80 Euro, sind mit Sicherheit hier die beiden Twisbys, woran man es zunächst also direkt denkt. Twisbee Eco, ganz klar einer meiner liebsten Füller. Ich mag ihn super, super gerne. Aber für Leute, die entweder einen etwas kleineren, leichteren, vom Durchmesser her schmaleren Füller suchen, M200 ist eine gute Option. Oder für jemanden, der sagt, na das Design der Twisbys ist mir doch vielleicht zu modern, zu verspielt. Das Transparente besonders auch, gefällt mir nicht so gut. Ich möchte eher einen Füller, der aussieht wie ein Füller. So was Klassisches, was irgendwie auch ein Statement ist. Dieses schwarz-gold und dazu der Pelikan-Clip ist einfach was anderes als der Twisbee Eco mit der kantigen Kappe und dem durchsichtigen. Wer das sucht, wird beim Pelikan M200 sicherlich fündig werden. Also da gibt es auch noch in den marmorierten Varianten aufgelockerteres als das schwarz-gold-Statement. Ich bin ein Füller, Füller. Aber die Pelikan-Serie sind für mich schon Füller, Füller-Statement. Und dafür zum Marktpreis. Durchaus Konkurrenz wäre ich hier mit dem Twisbee Diamond 580. Finde ich gut. Ich wünschte, es gäbe irgendwie im Pelikan-Sortiment größere Füller, die nicht gleich immer so exorbitant viel teurer wären. Wenn also ein Füller in der Größe oder der mehr in Richtung M1000 geht, vielleicht mit einer Stahlfeder, das würde ich total gut finden. Und damit soweit mein Review und meine Meinung zum Pelikan M200. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie findet ihr den M200? Habt ihr Erfahrung mit dem Füller? Wie seht ihr ihn auch im Vergleich zu den anderen Kolbenfüller, die hier so immer wieder durch die Füller-Bubble geistern? Schreibt mir das gerne in die Kommentare oder auch in den Füller-Bubble-Discord-Server. Link dazu wie immer in der Videobeschreibung. Wir schreiben dort immer wieder über Füller, Tinten, Papier, Reviews, Neuerscheinungen, alte Klassiker. Es sind mittlerweile über 400 Mitglieder. Link dazu wie gesagt unten in der Videobeschreibung. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere oder die eine oder andere vorbeischaut. Ansonsten macht's gut. Bis zu einem der nächsten Videos. Euer Witti aus der Füller-Bubble.